Johannes, Sie wissen, warum Sie herberufen wurden? Ich weiß, warum Hermann das Amt räumen musste. Hermann hat versucht, einen Ministranten zum Geschlechtsverkehr zu nötigen. Sie haben das Bischof Rösler gemeldet? Er meinte, ein einfacher Landfahrer sollte sich nicht in Dinge einmischen, die seine Befugnisse übersteigen. Dann meinen Sie, es ist gerecht, dass wir uns hier mit herumschlagen dürfen? Allerdings haben Bischof Rösler und ich eine Alternative. Sind Sie bereit, sich öffentlich von Ihrem Verhalten zu distanzieren und sich zu Ihrer Kirche zu bekennen? Ja. 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 Ja.